Kurze Frage. Du hast hier gestern geputzt? Ja, ja. Und dann so? Und dann so. Weißt du was wir heute haben? Heute haben wir den... was haben wir denn heute? Den 18. glaube ich, ne? Nein, 19. Den 19. Ja, richtig. Und jetzt schaut es nach einem Tag so aus? Aha, okay. Na dann guten Abend. Aber... Ich finde nichts. Einen Moment, wenn hier alles zugestellt wäre in der Ecke, wie schaut es denn da aus? Tatjana? Auch schlimmer. Okay.